Kima ist ein Stadtteil von Antalya, der am Ufer des Mittelmeeres und 40 Kilometer von Antalya entfernt gelegen ist. Kima war bis Anfang der 80er ein kleines Dorf und ist mit ihren in den letzten 20 Jahren errichteten Anlagen zu einem der wichtigsten Ferienzentren des türkischen Tourismus emporgewachsen. Der hauptsächliche Reiz von Kima besteht in seiner wunderbaren Natur. Berge, Wald und Meer treffen an einem Punkt zusammen. Das klare blaue Meerwasser, das Grün des Waldes, die bis an den strandreichenden und schattenspendenden Tannenbäume bieten ein sehr einladendes Bild. Der Jachthafen von Kima ist ein Abfahrtspunkt für Jachten, Rundfahrten, bei denen Sie die zauberhaften, versteckten Buchten und die unvergleichlich schöne Natur erforschen können. Die von Kima ausgehenden Bootsrundfahrten fahren im unvergleichlich schönen Mittelmeer herum und besuchen dabei die auf ihre Route befindlichen schönsten Buchten Antalya. Auf dem Wege dieser Rundfahrten liegen auch unvergleichlich schöne Buchten und Ferienparadiese wie Tekrova, die in vergangenen Zeiten wichtige Hafenstädte Anatolins waren, historische Werte und eine hervorragende Natur aufweisen, ein Treffpunkt der Kareta-Kareta-Schildkröten sind und in welchem sich Olym, Meer, Geschichte und Natur vereinen. Während diesen Rundfahrten werden auf den Jachten viele unterhaltsame Aktivitäten veranstaltet und nachdem die Boote in den Buchten Anker geworfen haben, springen die Besucher ins Meer und schwimmen im einzigartig schönen Wasser des Mittelmeeres. Fossilis ist eine antike Stadt, 60 Kilometer von Antalya entfernt und in der Nähe von Tekrova. Die Stadt wurde im Jahre 690 v. Chr. als Kolonie der Rotterse gegründet, weil sie sich nahe an einem üppigen Waldgebiet befindet. Die Stadt ist bekannt für ihre Häfen und der größte befindet sich im Südwesten der Halbinsel. Am Eingang dieses Hafens befindet sich ein 200 Meter langer Wellenbrecher, dessen größter Teil heute aber unter Wasser liegt. Die Überreste der die Stadt Fossilis umgebenden Stadtmauern sind im Südwesten der Halbinsel zu sehen. Die Mauern, die auch in der byzantinischen Zeit ausgebessert wurden, haben ihren Charakter fast vollständig verloren. Die Überreste des Tors von Kaiser Adrianus befindet sich im Westen der Straße. Die über die gesamte Länge der Straße angereihten Geschäftshäuser, das komplex geplante Bauwerk im hinteren Teil dieser Geschäftshäuser, sowie das Bad und Gymnasium sind recht gut erhalten. Es ist offensichtlich, dass das im dritten Jahrhundert errichtete Bad auch in der späteren Zeit verwendet wurde. Die Agora befindet sich im Süden des Bades und man kommt über eine große Tür zum öffentlichen Platz. Da diese in der Zeit des Kaisers Adrianus im Jahre 117 bis 138 erbaut wurde, wurde die Agora nach ihm benannt. Ihre zur Hauptstraße blickenden Wände sind mit Statuen beschmückt. Das Theater befindet sich auf dem höchsten Punkt des auf der Halbinsel vorhandenen Jügels in westlicher Richtung. Das Theater ging im 2. Jahrhundert in die Geschichte ein. Es sind keine ausreichenden Informationen und Beweise vorhanden, um sagen zu können, ob das Theater auf einem hellenistischen Bauwerk errichtet worden ist. Es besitzt eine Kapazität für ca. 1500 bis 2000 Personen. Man kann das Theater über Steintreppen von der Hauptstraße aus erreichen und von hier aus sowohl die Stadt als auch das Meer überblicken. Innerhalb des Ökoparks befinden sich eine große Anzahl von gesunden Kräutern, Kaktusfamilien, exotischen Bäumen, sowie verschiedene Schlangenarten, Leguane, Rieseneidechsen, Schildkröten und verschiedene Amphibienarten. Im Ökopark sind außerdem ein paar der seltenen Riesenschlangen vorhanden. Des Weiteren befinden sich im Park trainierte Papageien, Pfauen, Eichhörnchenarten, Schwanen, Hasenarten und Straußvögel. Auf dem Berg Tachtaleda, der sich im Ort Kemmer befindet, 2365 Meter hoch und ein Ausläufer der Taurusgebirge ist, hat eine türkisch-schweizerische Partnerschaft eine Seilbahn errichtet, die die größte einteilige Seilbahn Europas ist. Mit der Seilbahn, die ihre Funktion im Dienst des Tourismus aufgenommen hat, entwickeln sich immer weitere alternative touristische Möglichkeiten im Gebiet Kemmer. Damit hat zusammen mit dem Sommertourismus auch der Wintertourismus seine Entwicklung im Gebiet begonnen. Nachdem sie an Kemmer und Vazeles vorbeigekommen sind, fahren sie circa halbe Stunde in gleicher Richtung weiter. Die Tabelle nach Ulupenar zeigt nach links. Das Restaurant ist auf einem grünen Hang errichtet, wo sie ihre Mahlzeit genießen können, während unter ihnen kalte Wasser fließen. Die Luft ist erfrischend und es weht ständig ein kühlender Wind. Es werden von fachkundigen Agenturen Jeep Safaris Tagesrundfahrten von Kemmer in die Taurusgebirge organisiert. Sie können auch ein Jeep mieten und mit einem Führer oder eigenständig ein solcher Rundfahrt verwirklichen oder an einem aus 20 bis 30 Fahrzeugen bestehenden Convoy teilnehmen. Während einige Agenturen bei der Hinfahrt am Bachufer rasten und auf der Rückfahrt über den Olymp fahren, ziehen es andere vor, sich auf der Rückfahrt am Bachufer im kühlen Wasser abzukühlen. Die Füße der über den Bach führenden Brücke stammen aus der lykischen Zeit und wurden von Seiten der Steinmeister aus Trabzon von Neuem aufgebaut. Der Wasserspiegel des Baches, der im Winter überschäumt, erhöht sich bis zur Straße. Kemmer ist eine historische Stadt und zudem eine der seltenen Ortschaften, die mit den schönsten Stränden und reinsten Gewässern der Welt beschmückt sind. Viele Strände von Kemmer tragen die blauen Flaggen, die ein Symbol für Reinheit und natürliche Schönheit sind. In Kemmer können Wassersportarten wie Parasailing, Jetski, Kanu, Wasserfahrrad, Ringo, Banane, Wasserski, Wakeboard, Knieboard betrieben werden. Das einzige, was die Besucher machen müssen, ist, sich die Schwimmwesten anzuziehen und sich in die aufregenden Abenteuer dieser Sportart zu stürzen. Wenn Sie gleich links am Eingang des Mondscheinparks entlang der Straße neben den Gartenmauern des Jachthafens entlang gehen, erreichen Sie in fünf Minuten den Nomadenpark. Sie bemerken gleich das im Park vorhandene authentische Geflecht der Nomadenkultur. Sie können das Freiluftmuseum, welches einen Blick in die Nomadenkultur gewährt, besichtigen und sich so ein Bild über die Lebensweise der Nomaden verschaffen. Tagtäglich kommen hunderte in- und ausländische Touristen in dieses Gebiet, das mittlerweile das Symbol von Kemmer geworden ist, und finden die Möglichkeit, vor Ort Einblick in diese Kultur zu bekommen. Im südlichen Abhang des Tals Janardere, mitten unter Serpentinen, tritt an drei verschiedenen Stellen Erdgas hervor und das brennende Erdgas wird vom Volk Janartasch, also brennender Stein, genannt. Janartasch ist das immer brennende Feuer der Lykia. Jahrhundertelang war das Feuer für die Seefahrer ein natürlicher Leuchtturm. Unter den untersten Gruben befinden sich die Ruine einer großen Kirche. Es wurden noch keine Grabungen durchgeführt, aber man vermutet, dass es sich um eine Kirche der frühen byzantinischen Zeit handelt und diese auf einem Tempel errichtet wurde, der sich hier in der frühen Epoche befand. Das Nachtleben in Kemmer ist die gesamte Sommersaison über sehr schwungvoll. Es sind zwei Straßen in der Nähe der Marina vorhanden, die Diskostraße und die Barstraße. In der Barstraße findet man sogar Englisch Pubs. In den Discos werden Partys unter musikalischer Leitung bekannter DJs veranstaltet. Kemmer bietet ihren Besuchern mehr als nur mehr Sonne und Strand. Kemmer bietet eine 24 Stunden pro Tag dauernde und vergessliche Unterhaltung und ein einziges Urlaubsvergnügen.